Der will ein bisschen bei Frank hier dringend. Oh, deine Mutter. Yep. Ist so kacke, ne? Ah, deine Mutter. Was für's kacke? Boah, das geht drei Stufen lang, ne? Und vor allem, wenn's so laut ist, dann kannst du auch leiser machen. Was? Halt da an die Stelle schneiden und dann leiser machen. Nein! Das ist nicht zu laut für die... Pech! Pech! Du musst den gleichen Leid tragen, den ich grad leider. Ja, das interessiert aber keinen. Obwohl du hässlich bist. Komm, du kriegst ein Leben. Habt ihr ihn doch noch gar nicht mal berührt, oder? Doch. Ja. Schreibt doch mal. Tschüss. Mann! Es zählt nicht, erster zu sein, ne? Ach nee, ich weiß. Trotzdem bin ich das schnell, doch ich. Naja. Vielleicht bin ich es vielleicht auch heute. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Huh. Na komm. Äh, äh, äh. Ich kann mal ein Bildschirm durch die Fernsehen. Wenn ich mit meinem Handy dran spiegle. Oh. Oh. Weißt du was? Was? Ne, warte, der machte... Ich mach mal eben. Ganz ungeniert hier so ein Safe rein. Ganz ungeniert hier so ein Safe rein. Ja. Mach mal. Zack, zack. Fliege hin gleich. Oder so. Ah. Vielleicht fliegen müssen. Ich hab's doch eh gleich wieder. Ja. Ah, ja. 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 Ich mach das grad clever. Ich kann einfach mitten drin ja einsteigen. Ach nee. Und ich hab hier so kein Leben. Ja. Ich bin geritzt. Hahaha. Ich bin ein schlauer Mensch. Ne, bist du nicht. Du darfst jetzt noch nicht durchkommen. Ja, aber cool. Nein. Das wär nicht cool. Doch. Ich find's geil, wenn ich durchkomm. Ich find's aber nicht geil. Ich aber. Oh. Guck mal, zack. Dann bin ich gestört beim Spring eben. Wie kommst du denn da auf? Ah. Nimm doch. Ich werde schon genommen werden. Oh, oh, oh. Hast du sie schon wieder verloren? Ja. Ich glaub das vergisst du aber jedes Mal Ja ich vergiss das immer Und gegen War ja irgendwie klar Ja das ist ja noch harmlos mit den Schacheldingern Nachher die Gummibärchen werden viel schlimmer Dann stehst du da Dann bist du eingefroren Dann musst du falsch rum denken Ja du bist falsch Falsch im Kopf Der zweite Hatte auch Erst Platz 8 im Rennen Schafft er den siebten Platz auch noch einzuholen Nein 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 der gibt einen guten Konterplatz 7 Da eine kleine Schikane Da geht's dann abwärts und eine Schikane hinterher Und der Gegner ist außen Halt die Fresse vielleicht Arschloch Zum leid Nein nimm erst Nimm doch erste Kackdonkey Fliegen Halt's Maul Komm erst mal so weit du Arsch Nimm Nimm Nein du Kackbratze Vollidiot Ach halt doch das Maul Nö Soll ich den nicht jetzt einfach fertig machen Nein Schade Wie oft willst du noch Wie oft willst du noch Halt's Maul Platz 7 ist vor ihm Er hat Platz 7 mal eingeholt Ey 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 Solar Marsch Was ist los Getriebe kaputt Reifen im Arsch Nein 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 Platz 6 voraus Er hat Platz 6 eingeholt und ausgenockt Aus dem Rennen Häh 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 Tot Du 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 Safe Ich bin ein sozialer Mensch Ein asozialer meinst du Ach ja erst kommt das und dann der Wie gehen Vielleicht wird er eh wieder getroffen Weil er so blöd ist Jetzt springen Oh deine Mutter Ja genau da kommt sie gerade Komm du erst mal so weit Komm mir da erst mal hin Ja das ist mir doch egal Ich finde es lustig Komm du erst mal jeden Oh mein Handy Ich habe mein Handy vergessen auszuschalten Ich weiß auch nicht warum Keine Ahnung weil du doof bist Ja Okay Okay Oh mein Hallo Was denn Kannst du hier nicht? Das war ein Klicker Hm? Behindert? Ja Glaube ich dir Mein Handy ist auch so zu Arsch Verdammt Ich dachte ich könnte Aber nein Du könntest in den Arsch treten Ja und du fliegst wieder runter Oder jetzt Ja hat aber gut gehabt Ey du schlaffst das ernsthaft durch? Weiß er nicht Nee Nein Ich war zu früh Ich bin zu früh Ach ja Das freut mich schon wieder Dass du es nicht geschafft hast Ich bin schon wieder weiter gekommen Ja Ich bin schon Platz 4 geworden Das macht mir schon Angst Dass ich das schaffe und du nochmal anfangen musst hier Ja die ersten Stufen gehen ja Ach komm fickt euch doch ganz ehrlich Mensch Du vergisst das mit dem Fliegen Nein Doch Ich spiele den Endgegner immer dass ich immer save Ja Ja Na schaffst du das ja auch nicht Das stimmt Nein Ne Mach mal so krank und ohne save Da muss ja viel Leben haben Ja aus dem spiel ich dann alleine Kann ich mich ja konzentrieren Ja ja dann machst du trotzdem mit save also Ja klar Besonders beim Boss ist einfacher Du musst die ganzen Phasen nichts aufmachen Nein Ach Nein Vollgas geben Den kalten Hodensack Ins Wasser hängen Ja Du hängst immer deinen Hoden im Wasser Ich wollte Ein kaltes Wasser Ins Wasser ist mir doch egal Wasser ist Wasser Es ist nass Nein 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 Tschüss Oh schaffts Nicht Da cheatet der Der cheatet Da hat er verloren noch Ja du kommst weiter Vor allem ich habe auch noch gedrückt gehabt Ja das ist mies Der ist nicht richtig gesprungen eben Oh das geht doch schon wieder Fliegen Hier hätte ich schon zwei spiel wieder gesaved Ja und? Oh bin ich blöd vom save ich eigentlich nicht? Oh so nicht Ich hätte doch safen können Wenn ich abschütze bist du ja eh dran Oh nein Oh nein bin ich so dumm Batz Ja bist doch Oh noo wo ist denn? Vor allem wie weit ich gekommen bin grad Ja das macht mir grad zu schaffen Das finde ich grad nicht geil dass du das schaffst Ja Aber da habe ich auch schon eine neue Taktik Ich save wenn du dran bist Wenn du dran bist Mach zwei Spende Ich bin ein guter Mann Ne Ich habe voll die geile Idee Fuck Okay Die Idee war auch gut dass du runter fliegst Nein Der bin ich vollkommen mit einverstanden Nein Den hätte ich richtig treffen müssen eben Dann hätte ich das weiter geschafft Weil fährst du einmal dagegen ist meistens schon aus Oh friss doch Haber da Hast du in Pause gesafet eben oder was? Ja klar ich save immer in Pause Das schiffst du eh wieder Ah hab er da Ich save immer Pause Mach ich bei Mario auch Ich sage mal Entschuldigung Ich sage mal Ich sage mal Ich sage mal